hallo leute ich mirad und ich habe mit youtube angefangen clash royale und ich habe auch schon vorher youtube gehabt diesmal werde ich pro woche zwei drei videos hochladen und heute habe ich vor die zwölf siege in der klassischen herausforderung zu holen für den abzeichnen hier zwölf siege klassische herausforderung abzeichen ob ich das schaffe weiß ich nicht so ganz weil das schon schwer aber ich werde schon schaffen also ich gehe mal in die runde rein ich habe schon einmal verloren einmal gewonnen was ich noch sagen wollte ist das jetzt dass ich jetzt gerade nur kleine videos bringen werde später vielleicht auch andere spiele aber jetzt erst mal Clash Royale Videos ok ich will die Sekunde ich komme ich mir die Sekunde weg falls es mit Lavalün nicht klappt dann versuch ich mit E-Sign ja ich habe jetzt schon sehr viel schaden kassiert weil er geht mit E-Signal im spiel denn ja die meisten E-Signal im spiel das mal gut falsch mit Lava und zerkacken werde ich schon mit E-Signal im spiel denn da muss halt nicht verklappen also ich spiel schon voll auftritt also sehr lange mit Lava und Loon glaube ich weiß schon was viel ja da versuch ich mit E-Signal im spiel ja da versuch ich mit E-Signal im spiel ja da versuch ich mit E-Signal im spiel ja kommt ja weh jetzt getroffen gut er hat neunertschaden mehr gemacht aber ich komme heute nicht weiter ich komme nicht durch ich bin in den Grabstein die E-Graft ist jetzt ein bisschen nervig er ist doch selbst verloren, versuch ich mal gleich mit dem E-Graft oder? ja, ich wollte schon das verloren haben ja, ist ja nicht schlimm, ich habe 200 Jams ich habe noch eine gute Feuerwehr ja, der eine ist dran leider, ja, ist ja dran ist nicht schlimm, ich verletze jetzt auch mit E-Giant also ich nehme jetzt nicht so gut einen Clash rollen allgemein aber ich versuche es halt ich gucke mal kurz mit dem E-Giant Deck ähm, ok E-Giant falls es auch nicht klappt ja, dann versuche ich mit Lava und weiter ich habe es gestern noch versucht und gestern bin ich mit Lava aber nun ja über sieben Siegel gekommen es muss ja irgendwie klappen ähm, wo ist es hier bitte? warte Musketieren weil ich gerade keinen Bogen ah, ähm, nein ich habe hier der Rauchverdung ich wollte vergessen ich habe den Grabschein gekümmert so dann der Blitz Blitz hier hm ne, das ist auch wichtig was kommt jetzt noch? Bomber, ja Bomber ist gegen die Skelettern nicht gut und das jetzt warte mal ja, das ist richtig ich versuche es jetzt mit dem Deck ich spiele Stadt Grabstein spiele ich äh, statt Kubelkirchen spiele ich Grabstein weil Kubelkirchen wurde genervt halt da oben spiele ich jetzt Grabstein Grabstein setzt einer der besten Gebäude okay es kann sein, dass er Spam spielt ich weiß man, stimmt genau da ist noch ein Blitz drauf er ist jetzt schon schmerzhaft sechs Elixier auf einer Funkmaschine nur aber hier könnten wir zum Grabstein einfach hier sind beide gekommen ist jetzt ja jetzt Spam was wir jetzt machen werden ist genau in die Mitte des Feldes ein Agent bringen dass alle sechs Rekruten auf den Agent drauf gehen und damit ein Mädel zusammenziehen genau so dann hier ein Bomber ich schieße das ich schieße das das jetzt ich schieße das ist ich bin mal ne Bogenschutzkönigin müssen wir nicht verzünden wir brücken die Defensive in meiner ich glaub jetzt ist perfekt komm schon wieder kein Schaden egal das müssen wir jetzt schaffen weil sonst haben wir unseren dritten Sink äh dritte Niederlage jetzt gehts einfach rein wir können nichts anderes machen alles mal so so ja wie ist einst dran perfekter Niederlage gewesen so wie ist einst dran und jetzt dann 200 haben wir neu gemacht so wie ist einst dran so wie ist einst dran so wie ist einst dran was sehen wir jetzt schon ganz egal ja ich versuche ich versuche es ist jetzt einfach ein bomber aber anders könnte ich jetzt steffen also ich brauche den grafstein und was waren das jetzt für skelette und dann schaffen und wird jetzt nicht mehr drauf ich bin jetzt einfach gehen ich glaube wir haben den turm hol den turm hol den turm ja man der erste turm haben wir 1,0 noch einmal ich werde jetzt mal ab auf die doppelte elixir-phase und dann geht er rein ich muss jetzt den grafstein bringen aber dann möchte ich nicht und vom 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 guter push früß hat er so vorn bisschen kommt dieses bis dahin davon perfekt Ich werde nach diesem Video direkt mit dem zweiten machen, damit wir die ZFC geschaffen können. Weil ich glaube nicht, dass ich das in einem Video packen kann, weil ich mir sonst der beste Spieler bin. Ich bin jetzt Liga 3 glaube ich. Und das ist jetzt nicht so gut, aber auch nicht schlecht, aber ich habe mich noch besser. Mal gucken, wo ich jetzt spielen werde. Schau kurz ein Fenster raus. Ja, einer mit fremd. Ja. Pornetten. Das ist immer so. Traum zahlt es bitte wenigstens. Wir werfen auch einen Blitz drauf. Kassenmärkte gerade. Ich habe jetzt keinen Bock. Katschkarte. Das ist immer so ein Schmuck. Katschkarte. 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 Spawn, bitte spawnen. Scheiße. Ich wollte halt nicht riskieren. Vielleicht. Vielleicht. Also mit dem Katschkarte. Vielleicht funktioniert es ja nicht. Ich lasse es einfach nie. Ich werde dran. Auf dem Kron kommen. Wieso habe ich jetzt schon so viel Stand passiert? Was ist jetzt? Anderen übrigens. Kommen wir jetzt aber. Denen wir mal ab. Scheiße. Komm. Ach, Däga. Egal. Ist doppelte Elixierphase. Scheiße. Was heißt? Scheiße. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich habe auch keinen Blitz im Zweikel. Jüngere Wüste starten. Nein. Jüngere Wüste. Egal. Ich werde es jetzt까요? Ich brauche die ganze Zeit. Ich gar nicht. Entweder der meinte das止. Du sie zippen, alter. Wie wез er Nossa Equity? Was heißt das? Philippa Unfall. Was? Ich muss jetzt was tun. Ich darf die Blüten zu... Ach, denn das hat ein Mini-Petano. Stopp, jetzt Blüte sind sonst verwoben. Komm! Nein! Nein! Was? der hat mein grab schon geprüft ich höre grad leider zu pushen bringt nichts weil ich einen absoluten kack deck gemäxt habe also ungefähr im max habe also diesen deck ja das ist zu teuer ich hätte diesen deck da wollen falls ihr meinen clan wissen wollt also den namen steht hier drauf jeder kann rein naja mein klang ist jetzt so aktiv aber besser als kein kein wir müssen die 20 geschaffen zwölfsten wenn ich jetzt und das ist jetzt Der Turm fasst. Der Kite muss doch eigentlich klappen, Alter. Lass mich da reden. Der wird jetzt auf dem Turm kommen. Junge. Nein, ich habe keinen Nade-Dome-Cycle. Das ist falsch. Diesmal werde ich erst Agent auf dem Feld bringen, wenn ich einen Nade-Dome-Cycle habe. Das Spiel ist gerade so scheiße. Jetzt habe ich einen Cycle, was er nicht bringt. Ach, Digga. Das ist absolut scheiße. Was ich gerade mache. Wir müssen jetzt proben. Kann man was machen. Jetzt aber auch nicht so viel Turm schauen, bitte. So, jetzt habe ich den Nade-Dome-Cycle. So, jetzt aber, komm. Let's go, richtig guter Lightning. Jetzt. Die ist auch dran. Noch mal zünden. Komm, 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 komm. Jetzt einfach noch rein. Mehr Druck auf, komm, komm. Ich ziehe mal mit ihm weg. Dann geht's mein Bildschirm nicht weg. Aber egal. Okay. Warte, ich bin das Hütchen. Nein, kein Hüt, kein Hüt, kein Hüt. Kein Hüt. Jetzt. Jetzt. piel. Ich versuche das. So. Das wäre jetzt gerade fast wirklich knapp. Kann den Krankenbitten so gut. Da kommt's gleich drauf hin. ja das war es jetzt für diesen video ich werde jetzt gleich noch ein video hochladen damit wir die raus oder weitermachen das war es jetzt viel spaß noch an gleich mal falls ihr es auch spielt